Ja hallo liebe Leute, da ich immer noch auf der Suche bin nach einem 4K Fernseher, bin ich heute auf die aktuelle Lidl Werbung gestoßen. Im Lidl Shop wird ein Ultra Smart TV von Samsung angeboten, der UHD Smart TV UE50MU6179. Der hat eine 50 Zoll Bildschirmdiagonale, das entspricht 125 cm und einen Quad-Core Prozessor. Ja, der hat halt 4K Ultra HD Auflösung und soll kosten 429 Euro. Das ist natürlich ein Schnäppchen, denke ich mal, aber nun stellt sich die Frage, ob das Gerät auch okay ist. Ich würde mich freuen, wenn jemand, der dieses Gerät bereits gekauft hat, einen kleinen Testbericht, Test- und Erfahrungsbericht als Kommentar posten könnte. Also, na gut, die Werbung gibt halt nicht viel her. Man muss, wenn man das Ding bestellt, dann hat man es zu Hause und weiß nicht, ob es wirklich was taugt. Also, schreibt einfach mal eure Erfahrungen, wenn ihr das Gerät gekauft habt. Grüße und einen schönen Sonntag, Lothar.